Der Austria Popper Alexander Riebisch präsentierte sein brandneues Musikvideo via YouTube Live Premiere im Glasometer Eco Center, genau gesagt im Austria Pub auf einer Großleinwand. Zahlreiche bekannte Gäste und Fans waren gekommen. Unter anderem Austria Rock, Franz Müller, Michael, Alois Wagner, Michaela Wolf, Wendy Neid, Rapid Legende Markus Bürg und viele mehr. Sie verfolgten die Videoprimiere von Nix Nix, der neuen Hit Single. Ich würde gerne meinen lieben Freund Michael Wagner begrüßen. Michael, kommst du kurz her zu mir bitte? Michael, schön, dass du da bist. Ja, willst du ein paar Worte sagen? Lieber Alexander, herzlich willkommen für die Erinnerung. Ich bin nicht alleine gekommen. Ich habe heute einen Christian Iser, Weltmeister im Rockhorn und Vize-Weltmeister. Dann Franz Müller, der aus der Rock, der mittlerweile sehr umtriebig auch in der Frühstatt unterwegs ist. Und natürlich meine Frau, die Christine und den Star-Fotegrafen mitgenommen. Und einfach Gute an Alexander, weil du heute den immer mehr so hast. Und ich bin schon überglücklich. Danke, dass du uns eingeladen hast. Und natürlich haben wir einiges vor mit dir. Jetzt sind das sehr viel in der Wunde, wo er schon zu weh findet. Ich bin in der Pranzberg und in der Stadt gewesen. Und da sind auch bei einigen Radio- und Fernsehzählern. Und da wurden wir real. Ich habe die Uhr auch angekündigt. Und da findet ihr, dass wir studentisch präsentiert werden mit einem Musikvideo. Und wir haben heute schon riesig drauf. Und ich dort platzieren. Viel Erfolg, meine Frau. Beide haben etwas vorgenommen. Wir wollen euch für ein paar Stunden einfach abbrechen vom Weltgeschehen. Ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen zusammenstehen. Und dann funktioniert diese Welt wieder so, wie es sein muss. Ich danke dir, dass wir als Künstler und Gastronomie gut zusammenarbeiten. Seit der Pandemie haben wir gestartet. Ab dem ersten Tag. Du unterstützt uns. Ich glaube, Vatertag bist du schon fix gepunkt. Erster Trendsonntag mit der neuen Weihnachtslieder. Das wunderbar ist. Das sollte man sich einmal googeln. Das ist eigentlich ein wunderschöner Song. So George Michael mäßig. Wird am ersten Adventsonntag hier einmal wieder Uhr aufgeführt. Und zum Buffet. Es wird so sein, dass wir euch aufsitieren. So um circa 11.15 Uhr. Also ihr kriegt was zum Essen. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen ein Schinken wieder eingeben. Damit ihr was zum Essen kriegt. Vielleicht eine Suppe. Bestellt es beim Peter. Die anderen dürfen nach und nach zum Buffet gehen. Es gibt Fortspeisen, Hauptspeisen, Salat, Decke, Poststation, Dessert. Und natürlich auch gute Hauptspeisen. Was spielst du heute bei dir ab? Ja, heute haben wir die Live-Primäre von meinem neuen Musikvideo, Nix Snacks. Die findet auf YouTube live statt. Um 10.52 Uhr fängt es quasi live auf der ganzen Welt zum Ausstrahlen an. Und im Anschluss, danach machen wir noch die Elin und ich das Party-Duo, werden wir noch Live-Musik eine Stunde abspielen. Das ist eine gute Stimmung, weil die brauchen wir jetzt momentan nicht. So ist es, ja. Gute Stimmung, wenn wir auch die Leute unterhalten und einen schönen Frühschoppen hier im Leinwandern-Austrian-Pub. Und bei deinem neuen Lied, um was geht es da? Ja, das ist, in dem neuen Lied ist es eh so, es tut sich ein bisschen mit Politik, mit ein bisschen unseren Augenzwinkern befassen und auch mit dem Mann und der Frau zu Hause. Ja, also lasst sich überraschen. Jetzt, das ist ein neues Projekt von dir, aber ich nehme an, du hast wieder das nächste im Augen. So ist es, so ist es. Ich arbeite gerade an meinem neuen Album. Wir haben schon fünf Lieder jetzt im Kasten. Eins davon ist das Weihnachtslied, was 2021 im Dezember rausgekommen ist und auch schon sehr erfolgreich war. Und jetzt produzieren wir gerade die anderen Lieder und auch noch zwei Musikvideos sind im Entstehen. Und im Sommer kommt dann das neue Alex Riebisch Album raus, auf das sich ja schon alle seit zwei Jahren freuen. Jetzt sind wir es geschafft, weil jetzt schauen wir dazu und sind schon ganz gespannt auf dein Lied. Super, ich freue mich, dass ihr da seid. Genau. Super, ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist so. Rettet die Welt, die Zeit in Bützer, kriegt Blutgeld. Saison, ich brauch eine Küche Rolle und ein Waschpulver für mein Wolle. Schwarz, Blau oder Rot und Grüne, so ein schläges Stegreffbühne. Die Bühne des Fernsehkastel wird mir zu blöd, die Trasse zu, was mir am Tag ergeht. Nix Neiges, das war mir alles schon klar. Es ist alles nix Neiges, es ist wie es immer war. Ist dir das vielleicht zu schwer, kauft er doch für dich allein. Einen eigenen Rasierer, erst hast du kein Genierer. Du weißt so, was kennst du das nicht. Man, ich hab'n kommt, bin ich manchmal fett. Das Fußball ist nur einmal d'wochen, musst du jetzt einen Aufstand machen. Nix Neiges, das war mir alles schon klar. Das ist alles nix Neiges, es ist wie es immer war. Es ist nix Neiges, das TV musikiert. Es ist nix Neiges, Politik skandaliert. Es ist nix Neiges, jeden Tag im Staat. Es ist nix Neiges, das ich nicht mehr bekomm. Nix Neiges, das war mir alles schon klar. Das ist alles nix Neiges, das ist nix Neiges, es ist wie es immer war. Nix Neiges, das war mir alles schon klar. Nix Neiges, das war mir alles schon klar. Beim Livekonzertsolo zu zweit heizten Alexander Ribisch und Evelyn Schauer den Gästen so richtig ein. Jetzt haben wir eine begnadete Sängerin da stehen. Was machst du da? Ich singe mit dem Alexander Ribisch heute und davor gibt es noch die große Überraschung der Videopremiere von seinem neuen Titel. Nix Neiges, wird lustig, unterhaltsam. Kennst du es schon? Ich kenne es schon und ich kenne auch diese Offtakes. Also ich habe mich schon oft angeschaut. Und was werden wir von euch dann hören? Quer durch den Gemüsegarten, Ausprobob, Schlager, alles mögliche, bekannte Melodien, was man halt so hört. Super, dann freuen wir uns schon drauf. Ja, wir uns auch. Danke. Ja und Ribisch Junior legte sich auf der Luftgitarre so richtig ins Zeug. Erich und Anita, die Austria-Pub-Chefs, sorgten mit dem beliebten Wiener-Lieb-Branch für einen kulinarischen Genuss. Jetzt sehen wir, der Papa hat jetzt einen großen Schock. Freust du dich schon drauf? Ja, eigentlich schon, ja. Fällt dir seine Musik auch? Ja, schon. Und wirst du auch singen? Kommt drauf an, was er halt spielt. Ich kann halt nicht jedes Lied so. Aber ein bisschen mit der Gitarre werde ich, mit der da, mit dieser Luftgitarre werde ich da bei manchen Songs da herumspielen auf der Bühne. Super. Du bist stolz am Papa, gell? Ja, weil er hat schon was geschafft und da kann man schon ruhig stolz sein. Und du wirst auch einmal Oster-Pop singen? In Übung. In Übung. Okay, na dann danke dir, gell? Bitte. Ja, wir wissen, ja. Ich kann halt nicht mit dem, was ich bin. Ja, ich kann halt nicht mit dem, was ich bin. Ja, ich kann halt nicht mit dem, was ich bin. Und da kann ich mit dem, was ich bin. Ich bin. Und da kann man schon mal. und wieder zu leben. Wie was, auch hier lecker sind, so gut, ich sag' aus, ich bin ja auch und ich so stuhr, ich bin nur so weit, dass ich immer mehr weiß, was ich tuhr. Du verstehst mich nicht, du verstehst mich nicht, ich war zu mir vor. Ich bin nur so weit, 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 Kirsch in der Kirsch in der Kirche Let's go! Let's go!